so willkommen zurück zum stream ich hoffe das war das letzte mal sich neu starten musste aber es sieht jetzt schon ganz gut aus sollte auf jeden fall passen irgendwas hatte ich an den einstellungen verändert letztes mal weil ich gothic sequel gespielt habe und ja irgendwas hat nicht gepasst keine ahnung was das problem ist wir haben auf jeden fall letztes mal uns ein neues schwert zugelegt und neue rüstung und so weiter so jo und jetzt gehen wir mal kurz hier die sachen durch was muss man denn noch machen wir sind auf jeden fall wir sind jetzt auf jeden fall ein bürger der stadt mit sofortiger wirkung ihre aufgaben an die königlichen paladine zu übertragen ja ja ist okay der ehrenwerte lord andre ist angewiesen worden jegliches vergeben der widerstand gegen die garde des königs als schwerste zu bestrafen ich verstehe also wir gehen jetzt erstmal eine runde pennen würde ich sagen damit es erstmal tag ist und damit die damit der lebensbalken gefüllt ist wieder es sieht ein bisschen blöd aus wegen dem orangenen rand aber ich krieg das leider bei der libera edition nicht anders hin weil das irgendwie sonst sich aufhängt so ach ja moment moment wir sind auf jeden fall jetzt bürger der stadt so mit bartok waren wir auch schon so da können wir schleichen beibringen genau tier ähm fleisch müssten wir auch entfernen können aber dann lernen können nachdem wir bürger der stadt geworden sind steckbriefe und banditen der mann mit der augenklappe wir müssen Leute ja nicht hängen müssen wir auf jeden fall noch mit laris das ornament weg bringen das ist jetzt aber vielleicht noch ein bisschen zu früh ich glaube wir gehen jetzt erstmal halber hatte ja keine jobs für uns oder von halber ist keine quest ne bospas bogen aber hier äh der dieb ist zum hafen gerannt aber dort ist der entwischt die miliz hat den hafen äh hat das hafenviertel durchsucht aber nichts gefunden obwohl der bogen noch irgendwo in der stadt ist der weg in zubre viertel genau wie wir sind ja jetzt bürger der stadt und können in zubre viertel das habe ich schon immer gesagt ja das habe ich auch schon immer gesagt das ist echt also das ist echt schrecklich so was wir jetzt aber kurz noch machen ist dass wir den guten alten skip besuchen gehen den skibbidi skip skip oh shit ok passt ähm jo und danach würde ich sagen begeben wir uns ins obere viertel um lautaren davon zu erzählen was für ein dummer spaß der ist und hier seine männer verrecken lässt ich finde es sehr geil dass die das hier umgebaut haben und man hier einfach durchlatschen kann im original kann man ist da glaube ich eine felswand da kann man überhaupt nicht durchgehen so oh lol was eine hornmuschel so erstmal hier ein bisschen looten ich weiß hier gibt es einiges an wertvollen sachen oh der regen nervt aber gerade ein bisschen da fällt mir ein fort ein holl schön äh ja klappen was fällt knüttrig dort im regen sieht man kaum was das ist echt crazy so fisch 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 so was haben wir hier fällt knüttrig schon wieder eine truhe 32 gold aber immerhin gold das nehme ich mal besser mit so da ist der alte skippe die boy skippe die boy wir nehmen ihm seine ganze nahrung hier weg so äh speichern da bist du ja endlich ich warte ja schon seit stunden aber moment mal du bist gar kein händler aus der stadt oder wo ist baldram was wer bist du wer bist du ich wüsste nicht was dich das angeht aber wenn du es unbedingt wissen willst mein name ist skipp na klingelt's wer jetzt sag bloß du hast den namen skipp noch nie gehört meine fresse wo lebst du denn ich bin einer der meistgesuchten verbrecher in korinis meine jungs und ich machen schon seit jahren die gewässer um diese lausige insel hier unsicher das musst du doch schon mal gehört haben ja natürlich jetzt fällt es mir wieder ein ehrlich du hast wirklich schon von mir gehört ach du scheiße ich hatte mir schon überlegt in die stadt zu marschieren ein glück ein glück dass ich das nicht gemacht habe die miliz hätte mich sicher sofort in den knast gesteckt ein glück aber ich hätte ja auch gern die fresse poliert baldram wartest du auf einen händler du bist wohl ein ganz schlauer was das habe ich doch eben gesagt oder etwa nicht dieser nichts nutzt von einem kleinen krämer hat mich wohl vergessen so wie es aussieht er soll mir noch mal in die finger kommen sage ich dir wo kommst du her du willst wissen wo unser unterschlupf ist wenn ich dir das erzähle dann könnte ich mich ja gleich der miliz stellen außerdem würden wir das sowieso nichts nutzen falls du vorhaben solltest uns aufzusuchen die insel korinis ist groß und da wo wir sind kommt sowieso niemand hin es sei denn er fährt mit einer kogge oder einem schiff dann müsstest du auch noch einen weg durch die klippen finden niemand kommt dadurch es sei denn er kennt den geheimen weg es gibt nur zwei menschen die den weg kennen und du bist keiner von ihnen tja eine menge einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst verdammt aber die sache ist nicht so wie du denkst sehe ich etwa aus wie ein menschenhändler nein ich transportiere waren was das für waren sind und wo die herkommen geht mich nichts an wir haben viele dinge für diese schweine geschippert am anfang war es ganz normaler kram naja das eine oder andere war schmuggelware doch irgendwann fingen sie an die bewohner der stadt zu entführen keine ahnung was sie mit ihnen vorhaben wir haben sie nur rüber gefahren von wem sprichst du von den banditen mann von wem sonst das schwierige pack das sich ja überall auf der insel breit macht und nicht nur hier um corinnes banditen reicht mir nicht ich will einen namen du willst wissen wer der kopf der banditen ist was ist er fast wie hieß denn der hund nochmal ach mir fällt der name von dem k nicht mehr ein aber ich kann dir zeigen wo du den boss der bande in diesem teil von corinnes finden kannst hast du eine ordentliche landkarte dabei nein dann werde ich dir wohl beschreiben müssen was weit im osten gibt es einen sehr großen bauernhof ich glaube der bauer dort heißt er hat ziemlich große felder da im süden dieser felder gibt es eine kleine festung auf einem hohen felsen da sitzt der typ den du suchst jetzt fällt mir auch sein name wieder ein Dexter Dexter der alte lause Bengel wo habt ihr die leute hingebracht ich hab dir schon gesagt ich werde dir nicht verraten wo sie und ja ja ok also was haben wir hier Wasser, Brot, Milch und ein Apfel Ah haben wir Rustigax und Einstängel, Sumpfkraut Apfel, Tabak Apfel, Tabak Apfel, Tabak Nice Kann man glaube ich bei diesem Abo you Gin verkaufen So was haben wir hier eine alte Stand dafür 17 Gold, Pech und Käse Pech und Käse Ah ich wette wir können hier nicht schlafen mein fremdes Bett und so Ich will keinen Ärger Jaja Na ja Na ja klar War doch klar Habe ich ihm auch gesagt Womit denn? Womit denn? Ah wir haben keine Pfanne ist super Das ist natürlich ne Aber hier gibt es noch ein paar Muscheln Die nehm ich mal besser an mich So Ah ich muss aber sowieso glaube ich zu Skip nochmal Oh es hat oft gehört zu regnen Lol Ein Baran Perle Sehr schön Gut sogar Noch mal ne Perle Geil Fleisch Aufhack So haben wir hier noch ne Perle Alter drei Perlen das hat sich gelohnt Safe ist Safe Den Waran schaffe ich jetzt nicht Aber Skip könnt ihr ihn schaffen Oder Skip wird ihn auf jeden Fall schaffen Aber dann kriegt er auch die Erfahrungspunkte Ne das lassen wir lieber Ich habe mir eh überlegt ob ich vielleicht auch auf Bogen gehen soll Heißt zwar ich müsste mir dann noch extra Punkte in Geschick reinhauen Aber Ist ja nicht verkehrt Ne mit dem Bogen Kann man auch viel Damage machen Oh shit Oh ja Neue Waffe Ist sehr gut Auf jeden Fall Ja man Fleisch entnehmen Endlich können wir Fleisch entnehmen He Holy shit So Hier wird es wohl noch mehr Ratten geben Ähm Oder war das Oh lol War das die Banditenhöhle Kann natürlich auch sein dass es die Banditenhöhle war Und dann ist es Äh Suboptimal Und die machen Kleinholz Oh ja das ist die Banditenhöhle Alter Hä Aber ich Lol Okay Kann man ja hier noch ein paar Sachen ausnehmen Oh ja da ist die Crush Pasch Pasch Die Org Axt Die man auch an den Schmied geben kann An den Harald Äh Aber wir haben ihm ja sowieso schon eine andere gegeben Da kann man die verkaufen Dunkelpilze Gibt es den Oh Oh shit Okay das ist jetzt auch neu Also ich glaube diesen Gang gab es bei Kaffee zu original nicht Hier war nämlich zu Okay Banditen werden aber jetzt noch zu stark sein denke ich Ich weiß es nicht Außer Nichts zu holen Nichts zu holen Ja Außer ich hab noch Magie noch irgendwas cooles Ne ich hab noch nen Feuerpfeil Ernsthaft Es ist dein Ernst Da ist nichts zu holen Okay wie viele waren es hier nochmal Ich glaub drei Leute oder so Das sind drei Fleischschwänzen auf einem Haufen Äh Herumtreiber Ja die machen mich fertig das ist klar Das ist ganz klar Fertig Kein Versuch was wert Ah Ich hab sie nicht mal getroffen Okay es sind doch nur zwei oder was Ja renn so schnell wie du kannst Ja tue ich auch Und jetzt Das Problem damit Einen von denen könnte ich vielleicht Im Zweikampf Aber die kommen dann halt gleich beide auf mich zu Und die können Auch was mit ihrer Waffe Können damit umgehen Im Gegensatz zu mir Aber Es sind dumme Bots Wenn PC ist oh fuck Komm schon nur einer Lass mich mal neu gegen einen probieren Oh fuck Treffer Oh fuck Ah Mann Was wenn ich die Leute trifft komm auf mich zu geraten aber die so machen die das hier nicht mehr oh shit, oh shit Moment mal wobei das bringt wahrscheinlich auch nix ach ja komm wo bist du ja so muss man es den Biestern geben aber jetzt habe ich kaum noch Leben ich muss wahrscheinlich alles wegballern hier elixierte Heilung oder sowas nehmen oder was habe ich hier noch leichte Wunden heilen soll ich das lieber nehmen okay ähm die geben nur Mana was gibt es Lebensenergie 20 Lebensenergie 5 dafür sich erfrischt wunderbar ja gut ein Banditen umgeklatscht immerhin den anderen könnte ich auch hinkriegen aber am besten speichern vorher so wo ist denn die Höhle ach da kann ich den noch noch ein bisschen in den Bogen wo ist der ist der wieder zurück äh gelaufen oder was lol ok na gut grüß dich doch noch ok dann mach ich erstmal die Fleischwanzen sonst fokussiert der im Kampf plötzlich noch eine Fleischwanze das mag ich gar nicht ich mach dich fertig ja dann komm mal her Bierenchen so jetzt hat er für eine Waffe auch im DG ok ja 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 deine Mori nein fuck it dem auch gern so viel Schaden auf deinem Schlag ja weg mit dir drückiger Bandit ich kriege ich noch nichts zu plündern so und jetzt höre ich da irgendwo noch einen Mollred aber ich glaube das ist nicht hier oder das ist irgendwo wo über mir oder so also wie ich weiß gab es hier nur noch äh Fleischwanzen genau so was gibt es hier Hering drei Fische und zehn Gold naja ist ja nicht gerade viel aber besser wie nix ne geschickt 20 Schaden 40 was macht denn meine Waffe auch Waffen Schaden 40 ah ich könnte euch jetzt auch den Degen anlegen ok ein Handwaffe ein Handwaffe ein Handwaffe ein Handwaffe Talentbonus 5 tödlicher Schlag was hat denn die Reichweite 70 und die hat auch 70 ja gut da lohnt sich der Degen schon mehr ne sieht zwar finde ich nicht so gut aus aber gibt halt noch mal einen Händer Talentbonus so ich finde es lustig dass der Schädel da immer noch kleben bleibt wenn man den Pfeil weg macht aber ja so noch ein paar Fleischschwanzen hier komm her Drecksvieh ein Drecksvieh weniger hier ne Orkstatue alter die sieht auch geil aus passiert eigentlich was wenn ich hier drüber lauf nicht wirklich so gab es hier noch irgendwas ich glaube nicht außer die haben das wieder mit der Mod hier noch hinzugefügt da ist nicht nichts zu plündern hier hinten noch nix an seinem Arsch schnüffeln erstmal hier so ähm safe safe da ist nichts zu holen da ist nichts zu holen erstmal die Fleischschwanzen ausnehmen was sie geschwärt das hätte ich fast übersehen ey so ja hätte ich nicht gesagt dass sich die Banditen jetzt schon umklatschen können in dem Original ist es ja nicht schwer nicht so schwer aber in der Livia Edition sind die halt schon OP ein bisschen so eigentlich würde ich jetzt sogar vorschlagen noch mal zu pennen ich glaube das wäre am besten bevor ich wieder irgendwelche Heilmittel verbrauche glaube ich lege ich mich lieber nochmal hin die Sichtweite ist auch so krass alter ich habe schon ewig gothic nicht mehr gespielt gothic 2 und also pflanzen da war doch noch irgendwo was ja lol Drachenwurzeln okay ähm ja und die Sichtweite ist halt übel geil okay man hat eigentlich drei Möglichkeiten Harald dieses äh diese Orgwaffe zu bringen gibt einmal die Höhle wo wir jetzt eben drin waren dann da oben noch eine aber da muss man den Org herführen weil alleine kann man den nicht zu einfach töten der erklärt gar nichts mehr und dann gibt es ja noch das was wir gemacht haben mit Bartok diesen Typen da äh oder halt jagen gewesen mit dem ne und dann den Org getötet jetzt erstmal nochmal Penn dann zu ach ich hätte jetzt auch gleich zu Halvor gehen können dann zu Halvor und dann ins obere Viertel auf jeden Fall wie viel brauche ich jetzt eigentlich noch 20 ich glaube 40 braucht man um äh gut umgehen können mit dem Schwert mit dem Einheitsschwert so jetzt aber nochmal kurz zu Halvor boah dem alten Bengel wo ist er denn? war das Halvor? äh Baltram Baltram meine ich natürlich du handelst mit Piraten was? wer hat dir das erzählt? ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten er scheint in seiner Wucht auf dich zu warten was willst du machen? es sind harte Zeiten jeder muss sehen wo er bleibt er erzählt alles weiter hattest du keine Angst erwischt zu werden? das kann passieren du hast es ja auch herausgefunden aber du hältst doch dicht oder? das darfst du keinem erzählen was weißt du über die Piraten? sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis so viel ich weiß kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen auch zu Recht weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind aber wenn du mich fragst sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen er arbeitet auch den ganzen Tag womit handelt ihr? ich versorge sie meistens mit Nahrung und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum den man in Korinis kriegen kann hm ich könnte den Handel für dich abwickeln das wäre gut ich kann Korinis zur Zeit nicht verlassen hier nimm dieses Päckchen und sag Skip dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll drei Flaschen sollten es schon sein guck dir den an das war alles was ich wissen wollte wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe handelt mit Piraten und will dann noch hier hier noch extra Wünsche das ist mal wieder typisch sooo ok wie viele Lernpunkte 10 30 Stärke 20 Geschick ok ich glaube die 10 Lernpunkte lasse ich erstmal wobei ich die in Geschick investieren könnte und dann könnte ich den Bogen hier anziehen ich glaube ich investiere keine Punkte in eine Hand an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde weil ich eher auf zwei Hand Bock habe und so bat er ihn uns jenen Teil seiner Macht in seinem Reich zu belassen und äh sag mir nicht du hast das nicht gewusst so als Bürger der Stadt hat man glaube ich die Möglichkeit oder sag nicht das hast du nicht gewusst ach nee warte mal HALT! nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel ich bin ein angesehener Bürger von Korinis lass mich durch was immer die Meister von Korinis bewogen hat dich als Lehrling aufzunehmen ich will es gar nicht wissen du kannst reingehen aber benimm dich bloß sonst bekommst du den Ärger deines Lebens gleich bekommst du den Ärger deines Lebens ich habe meine eigene Meinung ich glaube man konnte ins obere Viertel aber man konnte nicht zu Lothar als Bürger der Stadt oder? wie war das nochmal? ich glaube so war es ach du schon wieder du hast es also tatsächlich geschafft ins obere Viertel zu kommen es gibt einige Dinge die du hier beachten musst sonst bist du so schnell wieder draußen wie du hier reingekommen bist es ist dir nur erlaubt die Häuser der Händler zu betreten du erkennst sie an den Schildern über der Tür nur damit keine Missverständnisse entstehen die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern dort hast du nichts zu suchen in diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt also behandle sie mit Respekt haben wir uns verstanden? klar aber sicher doch ich bin gekommen um das Auge Indus zu holen ich glaube da holt er sein Schwert raus und schlitzt mich gleich auf das hat er doch vorher gewusst wo finde ich Lord Hagen? er ist im Rathaus am Ende des oberen Viertels aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden so ok wir laufen nicht gut früher als die Barriere noch stand da waren die Zeiten besser die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht aber jetzt da wir vom Festland abgeschnitten sind sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen womit verdienst du jetzt dein Gold? momentan lebe ich von meinen Ersparnissen aber wenn es mir nicht gelingt wieder ins Geschäft zu kommen werden harte Zeiten auf mich zukommen beobachte dich Junge von selbst ist er da nicht drauf gekommen oh shit Gerbrand hey was machst du hier? wer bist du denn? anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen wie das hier läuft man nennt mich Gerbrand für dich Herr Gerbrand verstanden? Drecks Schnösel alter das hab ich noch gar nicht gewusst was wird sich hier ändern? ja der kriegt schon noch seinen Zenfab ja Herr Gerbrand zumindest verstehst du schnell wie hier der Hase läuft wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen kann ich so einen kräftigen Burschen wie dich bestimmt gebrauchen du würdest einen prima Lagerverwalter abgeben kannst du lesen? ist das wirklich wahr? ich will keinen Job du kommst dir wohl ziemlich schlau vor pass mal auf hier bekommt niemand einen Job wenn ich es nicht zulasse wenn du mir also weiter so dumm kommst dann kannst du dir einen verwandten Strohsack zum schlafen suchen mehr wirst du dir ohnehin nicht leisten können es wird die Zeit kommen dann wirst du bei mir um einen Job betteln Alter so ich würde ihm seinen Gehstock na wohin stecken so wie der rumläuft sieht das schon eh so aus als na ich lebe es schon so mal gucken nur Männer die im Dienste des Königs stehen haben Zutritt zum Rathaus stimmt doch gar nicht ich muss mit Lord Hagen sprechen weißt du wie oft ich das schon gehört habe? du kannst nicht rein wenn du es trotzdem versuchen solltest muss ich dich töten alles klar ich glaube das war deutlich genug von mir erfährt keiner was ja 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 Herr Gerbrand weg mit der Waffe na bitte geht doch du ich kriege ich noch du ich kriege ich noch verdammt ich dachte man kann als Bürger der Stadt aber ja viel zu lang keinen Kaffee zweimal gespielt lol zieht er einfach die Axt hier an das ist eine schlimme Sache so wie viel Gold haben wir eigentlich 484 das ist schon ziemlich wenig würde ich sagen schon mager also dann jetzt erstmal noch kurz zu Laris zu Skip und dann Piratenhandel die vermissten der einfache Weg zu Söldner Laris meint dass mir der Söldner Coat das Leben auf dem Hof des Großbauern erleichtern kann ja Banditenüberfälle ach ja ach ja ach ja ach ja es gibt noch eine Quest die ich auf jeden Fall machen sollte bevor ich hier weitergehe und so ich will mit dem Ring das ist gut aber die Entscheidung darüber ob du aufgenommen wirst liegt einzig und allein bei den Wassermagiern wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe ja das ist ähm haben wir eh schon besprochen mit dem er sagt erzähle was erzähl mir nicht sowas hm ich überlege halt echt ob ich die 10 Lernpunkte in Geschick investieren soll in Geschick investieren soll und den Bogen dann tragen kann ne damit ich den Bogen tragen kann oder ob ich es erstmal lasse oh lol da unten links da sieht man doch so ein rochen oder was das ist oder nice so haben wir hier noch Klappmuscheln und sowas ja man die habe ich übersehen letztes Mal auf auf den direkten Weg zu Skip erstmal ne Pfanne brauchen wir auch noch dann können wir das Fleisch braten soo ich habe ein Paket von Baltram für dich was denn jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir er hat die Hosen gestrichen voll was naja was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten er sagt er will drei Flaschen von deinem Rum dafür das hätte er wohl gerne erst lässt er mich hier ewig warten kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen hier gib ihm zwei Flaschen damit soll er zufrieden sein alles klar so hier gab es glaub nix mehr da hinten waren Warane mit dem legen wir uns jetzt erstmal nicht an ja die Frage ist halt ob ich echt auf Geschick gehen soll aber mit viel Geschick gibt es keine ne das eigentlich lohnt sich das nicht mit viel Geschick habe ich habe ich zwar einen geilen Bogen auch mal aber ähm keine gescheite Zweihandwaffe auf Geschick sollte man glaub ich eh nur gehen wenn man wenn man auf ein Hand Waffe spielt mit ein Hand Waffe und ähm Bogen dann in dem Fall und ansonsten wärs geiler auf Armbrust und Zweihänder dann zu gehen ne Armbrust krieg ich glaub ich irgendwo auch ah es gibt sogar in der Stadt glaub ich einen der der ne Armbrust verkauft aber ist jetzt auch nicht so wichtig erst einmal nicht so wichtig man findet auch einige im Spielverlauf also mal gucken ob glaub ich dann ich äh einfach die nehme da muss ich keine kaufen so die Quest kurz abgeben hier ach erzähl mir nicht sowas das ist mal wieder ich habe den Rumpf und Skip er hat mir allerdings nur zwei Flaschen gegeben verdammt teuer was bildet sich dieser Kerl ein ach gib schon her viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben das hier muss dir reichen und es wird noch viel schlimmer 10 Goldstücke will der mich verarschen was du nicht sagst 10 läppische Goldmünzen schlimme Zeiten sind das du sagst das wow na gut dann kurz zu Lord André gibt nämlich ne geile Quest die ich äh die man hier annehmen kann das mit den Verbrechern beziehungsweise Dieben gibt es einen schnelleren Weg gibt es keinen schnelleren Weg mich euch anzuschließen es ist dir wirklich ernst oder gut hör zu ich habe ein Problem wenn du es für mich löst werde ich dafür sorgen dass du bei der Miliz aufgenommen wirst aber das wichtigste ist du darfst mit niemandem darüber reden was ist ein Problem in letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt wir konnten bisher niemanden fassen die Diebe gehen einfach zu geschickt vor die Mistkerle verstehen ihr Handwerk ich bin mir sicher dass es sich um eine organisierte Bande handelt es würde mich nicht wundern wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke dann werde ich dafür sorgen dass du bei der Miliz aufgenommen wirst egal ob du Bürger bist oder nicht aber du musst über unsere Abmachung schweigen ich bin schon Bürger der Stadt also ich hätte jetzt eigentlich schon Miliz werden können aber die Quest bringt einiges an Erfahrung glaube ich und sogar Gold äh äh ja kann man ja ich will das mal Kopfkirchen ne mh genau was mache ich wenn ich einen der Diebe gefunden habe wenn es sich um einen Handlanger handelt einen Hehler oder einen kleinen Fisch solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht ich werde mich dann darum kümmern dass der Kerl hinter Gitter kommt bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben ihnen zu erklären was Sache ist außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel den du hinter Gitter bringst ein Kopfgeld wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest nun dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen Deine Ernst ich soll gegen die ganze Banditenbande kämpfen ah ja ich ja wo fange ich an nach den Dieben zu suchen wenn ich das wüsste würde ich selber dort hingehen ich kann dir nur so viel sagen wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt nichts aber auch gar nichts gefunden die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig vor allem nicht wenn man die Rüstung eines Paladins trägt aber du bist von außerhalb dir werden sie nicht so schnell misstrauen du könntest dich zuerst am Hafen umhören aber sei vorsichtig wenn die Leute dort mitbekommen dass du für die Paladiner arbeitest erfährst du nichts ok also Lederbeutel Lederbeutel ne dann krieg ich hier gleich hier was willst du hier ich will zu den Gefangenen geh nur aber bleibt nicht zu lange klar ich muss weiter alles klar ich will gar nicht zu den Gefangenen aber gut so der wollte mir keine Stärke beibringen ja und sonst kann man hier eh nix ok also am Hafen umhören alles klar jo ich glaub die Quest noch und dann wenn wir erstmal in wenn wir erstmal zu Ona gehen und dort die ganzen Quests machen um dann Söldner zu werden und dann Drachenjäger ja und es gibt hier noch irgendwo in verrückten euch im Misten ich glaub da lauf ich schon mal hin der hat nämlich auch noch eine coole Quest die wir auf jeden Fall machen sollten was führt dich in diese arme Geburt was suchst du hier ich hab mich verlaufen dann pass auf dass du nicht ausgeraubt wirst scheint nämlich so als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt die den reichen Leuten ihren Krempel klauen die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt aber sie haben nichts gefunden tja gut mit dem Karl reden wir dann das nächste Mal erstmal speichern safe is safe jo und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss